Ein Lkw-Unfall in Gersdorf zog eine stundenlange Sperrung der B180 nach sich. Am gestrigen Dienstagmorgen befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Scania-Lkw die Stolberger Straße. Aus noch ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab. Der Fahrer versuchte gegenzulenken, dabei drehte sich der Lkw, kippte und blieb am Straßenrand auf der Seite liegen. Da der Lkw vier Tonnen Industriesprengstoff geladen hatte, wurde die Stolberger Straße zwischen Erlbacher Straße und Siedlerweg voll gesperrt. Von 120 gemeldeten Anwohnern wurden rund 30 zu Hause angetroffen und vorbeugend evakuiert. Anschließend wurde der Lkw von einem Kran aufgerichtet und auf das Gelände der Firma geschleppt, in deren Auftrag der 45-Jährige unterwegs war. Der Fahrer selbst wurde zur Beobachtung in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Ersten Schätzungen nach bewegt sich der Sachschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Gegen 11.30 Uhr konnten die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Um 12.45 Uhr wurde die Straßensperrung aufgehoben.